Das ist Billy. Billy ist auf der Suche nach einem neuen Handy. Aufgrund der Vielzahl an Angeboten und Möglichkeiten ist Billy sichtlich überfordert. Ein guter Freund rät ihm schließlich zu smieten. Mit smieten kann Billy sich jetzt sein neues Smartphone günstig mieten, anstatt teuer zu kaufen. Billy wählt lediglich sein Wunschhandy aus und entscheidet selber, wie lange er es gerne nutzen möchte. Je nach Laufzeit bekommt er einen günstigen Monatspreis angeboten. Damit liegt Billy weit unter vergleichbaren und herkömmlichen Vertragshandys. Nach Vertragsende kann er sein Gerät weitermieten, kostenfrei zurücksenden oder kaufen. Dabei ist jedes Gerät versichert. Wenn also mal etwas passiert, ist Billy mit smieten immer auf der sicheren Seite. Und das Beste? Die Handys werden im Anschluss wieder aufbereitet, was den Elektroschrott deutlich reduziert. Somit tut Billy nebenbei auch noch was für den Umweltschutz. Vergiss die Zeiten von alten Geräten mit Displayschäden, teuren Reparaturen und langen Vertragslaufzeiten. Mach es wie Billy und smiete dir jetzt dein neues Smartphone. Smieten. Smartphones mieten, statt teuer kaufen.